Nimmst du die Nägel von uns Frauen? Ein Nägel ist ein Nägel. Aber denk dran, die Folgen sind für alle gleich. Ob für Mann oder für euch. Guten Tag kommt die Matza. Befriede dich von Machtmissbrauch, Ungerechtigkeit, von verlockten Tyrannen, von nur an sich und ihr Geld teichen. Warum hat es die Liebe? Ach, tue es so schwer. Warum dient Menschen einander so weh? Es wäre so einfach einander zu vertrauen. Macht und Geld nicht schamlos missbrauchen. Warum bleibt der Anner so viel auf der Strecke? Keine Freiheit, kein Recht, im Herz so viel Kälte. Was ist der Glaube? Und das Gute gibt Leben? Was hat es schon das Gute vertrieben? Ach, Hoffnung kommt zurück, wir brauchen dich fest. Bring Wärme, was hält dir? Das Licht, du es lässt. Bring Friede, bring Liebe als tragende Kraft. Der braucht es keinen Krieger, keine Gewalt und keine Macht. Hoffnung kommt zurück. Hoffnung kommt zurück. Komm. 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 Vielen Dank.